Wie sich die Wall Street auf einen möglichen US-Schuldenausfall vorbereitet Während die Gespräche über eine Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen US-Dollar intensiviert werden, haben Wall Street-Banken und Vermögensverwalter damit begonnen, sich auf die Folgen eines möglichen Zahlungsausfalls vorzubereiten. Die Finanzbranche hat sich schon früher auf eine solche Krise vorbereitet, zuletzt im September 2021. Doch dieses Mal verunsichert der relativ kurze Zeitrahmen für die Erzielung eines Kompromisses die Banker, sagte ein hochrangiger Branchenvertreter. Jane Fraser, CEO der Citigroup, C.N., sagte, diese Debatte über die Schuldenobergrenze sei besorgniserregender als die vorherigen. Jamie Dimon, CEO von JP Morgan Chase & Co., JP M. N., sagte, die Bank werde wöchentliche Treffen über die Auswirkungen einberufen. Was würde passieren, wenn die USA in Zahlungsverzug geraten würden? US-Staatsanleihen stützen das globale Finanzsystem. Daher ist es schwierig, den Schaden, den ein Zahlungsausfall verursachen würde, vollständig abzuschätzen. Aber Führungskräfte rechnen mit massiver Volatilität auf den Aktien, Schulden und anderen Märkten. Die Möglichkeit, Treasury-Positionen auf dem Sekundärmarkt ein- und auszuhandeln, wäre erheblich beeinträchtigt. Führungskräfte der Wall Street, die die Schuldengeschäfte des Finanzministeriums beraten haben, warnten davor, dass sich die Dysfunktion des Finanzmarktes schnell auf die Derivate, für Potheken und Rohstoffmärkte ausweiten würde, da Anleger die Gültigkeit von Staatsanleihen infrage stellen würden, die häufig als Sicherheit für die Absicherung von Geschäften und Krediten verwendet werden. Finanzinstitute könnten ihre Gegenparteien auffordern, die von Zahlungsausfällen betroffenen Anleihen zu ersetzen, sagten Analysten. Selbst eine kurze Überschreitung der Schuldengrenze könnte zu einem Anstieg der Zinssätze, einem Einbruch der Aktienkurse und Vertragsbrüchen in der Kreditdokumentation und in Hebelvereinbarungen führen. Auch die kurzfristigen Finanzierungsmärkte würden wahrscheinlich einfrieren, sagte Moody's Analytics. Wie bereiten sich Institutionen vor? Banken, Broker und Handelsplattformen bereiten sich auf Störungen am Treasury-Markt, sowie auf eine allgemeinere Volatilität vor. Dazu gehört im Allgemeinen die Spielplanung, wie Zahlungen auf Staatsanleihen abgewickelt werden sollen, wie kritische Finanzierungsmärkte reagieren würden, Sicherstellung ausreichender Technologie, Personalkapazität und Bargeld zur Bewältigung hoher Handelsvolumina und Prüfung der möglichen Auswirkungen auf Verträge mit Kunden. Große Anleiheinvestoren haben darauf hingewiesen, dass die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus wichtig sei, um potenziell heftigen Preisbewegungen bei Vermögenswerten standzuhalten und zu vermeiden, dass sie zum ungünstigsten Zeitpunkt verkaufen müssen. Die Anleihehandelsplattform TradeWeb sagte, sie befinde sich in Gesprächen mit Kunden, Branchengruppen und anderen Marktteilnehmern über Notfallpläne. Welche Szenarien werden berücksichtigt? Die Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA, eine führende Branchengruppe, verfügt über ein Playbook, das detailliert beschreibt, wie die Interessengruppen des Treasury-Marktes, die Federal Reserve Bank of New York, die Fixed Income Clearing Corporation, FICC, Clearingbanken und Treasuries-Händler, Vorgehen würden kommunizieren sie vor und während der Tage, an denen möglicherweise Zahlungen an Staatsanleihen ausbleiben. SIFMA hat mehrere Szenarien in Betracht gezogen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass das Finanzministerium Zeit für die Rückzahlung an die Anleihgläubiger gewinnt, indem es vor der Zahlung ankündigt, dass es die fälligen Wertpapiere verlängert und sie jeweils um einen Tag verlängert. Dadurch würde der Markt weiterhin funktionieren, es würden jedoch wahrscheinlich keine Zinsen für die verspätete Zahlung anfallen. Im schlimmsten Fall zahlt das Finanzministerium sowohl Kapital als auch Coupon nicht und verlängert die Laufzeiten nicht. Die unbezahlten Anleihen könnten nicht mehr gehandelt werden und wären nicht mehr über den Fedwire Securities Service übertragbar, der zur Aufbewahrung, Übertragung und Abwicklung von Staatsanleihen verwendet wird. Jedes Szenario würde wahrscheinlich zu erheblichen betrieblichen Problemen führen und manuelle tägliche Anpassungen der Handels- und Abwicklungsprozesse erfordern. Es ist schwierig, weil dies beispiellos ist, aber wir versuchen lediglich sicherzustellen, dass wir mit unseren Mitgliedern einen Plan entwickeln, der ihnen hilft, durch diese störende Situation zu navigieren, sagte Rob Thumi, Geschäftsführer und stellvertretender General Counsel von SIFMA für Kapitalmärkte. Die Treasury Market Practices Group, TMPG, eine von der New Yorker Federal Reserve geförderte Branchengruppe, hat ebenfalls einen Plan für den Handel mit unbezahlten Staatsanleihen, den sie Ende 2022 überprüft hat, wie aus dem Sitzungsprotokoll auf ihrer Website von 29. November hervorgeht. Die New Yorker Fed lehnte eine weitere Stellungnahme ab. Darüber hinaus entwickelten Fed-Mitarbeiter und politische Entscheidungsträger in früheren Auseinandersetzungen um die Schuldenobergrenze 2011 und 2013 ein Spielbuch, das wahrscheinlich einen Ausgangspunkt bieten würde, wobei der letzte und heikelste Schritt darin bestand, notleidende Wertpapiere vollständig vom Markt zu entfernen. Die Depository Trust & Clearing Corporation, zu der FICC gehört, sagte, Sie beobachte die Situation und habe auf der Grundlage des SIFMA Playbooks verschiedene Szenarien modelliert. Wir arbeiten auch mit unseren Industriepartnern, Regulierungsbehörden und Teilnehmern zusammen, um sicherzustellen, dass die Aktivitäten koordiniert werden, hieß es. Da war eine Katzen für die Aktivitäten, die Aktivitäten zu entfernen, Sie bis in die Aktivitäten wieder finalizieren. Drei! zuuche ich mich, denn da kann die Aktivitätennut wir die Aktivitäten durchf pumpkinsen quarterback, dich jeder nicht mehr ausger advocестоơnankaussch würde, auch wenn sie nachher ein budspeats geben hätten. Vielen Dank.